Joel Hoffmann ist heute Morgen hier. Er hat einen großen Anteil am Jesusmarsch gehabt. Im Mai in Linz wird es wieder einen Jesusmarsch geben und wird mit einem großen christlichen Fest enden. Man erwartet zumindest 5.000 Menschen. Ich hoffe 5.300. Ich hoffe, dass jeder kommen wird. Ich hoffe, dass unsere Gemeinde viele andere Gemeinden in Wien ermutigen kann, auch dort hinzufahren, weil die Erweckung ist schon da. Wir leben in der Zeit einer Erweckung in Österreich. Gott macht große Dinge und er beruft Menschen aus jeder Gesellschaft. David Alaba zum Beispiel im Sport. Von überall her kann Josef kurz raufkommen und ein paar Worte zeigen. Ja, es gibt ja zwei wichtige Dinge. Erstens, der Herr muss sprechen. Das ist das Wichtigste, der Herr muss sprechen. Und das Zweitwichtigste ist, die Polizei muss es genehmigen. Und ich habe gerade eben die Nachricht bekommen, der Marsch für Jesus zum Christustag in Linz ist genehmigt. Also wir sehen uns dann Pfingst, Montag, 12 Uhr, im Volksgartenpark. Von dort marschieren wir dann die Haupteinkaufsstraße zum Hauptplatz, wo der Christustag stattfinden wird. Und so wir would like to see as many as possible there on Pentecost Monday in May. I think it's the 25th. Richtig, 25. Mai. At 12 o'clock at the, wo? Volksgartenpark. At the Volksgartenpark. In der Nähe vom Bahnhof. Near the train station. And then we're gonna go down the main street. Und ich möchte euch auch ganz sehr danken als Gemeinde für das, was ihr für den Marsch für Jesus hier im September geleistet habt. Das war unglaublich. I really want to thank you as a church for what you did in September at the Jesus March. It was unbelievable. Also das ganze Land spricht davon. Auch international gibt es Berichte darüber. Und gerade die Banners, Rob, die haben nicht nur visuell den Unterschied gemacht, sondern haben auch wirklich den Geist hineingetragen. Der 25. Mai ist nur wenige Tage nach dem 70-jährigen Kriegsende. Hitler hatte seinen ersten großen Auftritt in Österreich, 1938 in Linz, auf dem Hauptplatz. Hitler hatte seinen ersten großen Auftritt in Linz in 1938. Da standen sie, Heil Hitler. Da haben sie ihre Nazi-Fahnen, ihre Hakenkreuz-Fahnen gehisst. Und wir werden 70 Jahre später dort stehen und die Hände im Lobpreis erheben. Und statt Nazi-Flaggen wird es die Banners für den Marsch für Jesus geben. Danke euch. Unsere Gemeinde wird für die Banners verantwortlich sein und für die Musikwägelchen. Also zeigen wir ganz große Solidarität mit dem Zweck Christi, in dem wir hinfahren. Nicht nur wir selbst, sondern lasst uns auch 500, 600 Leute dorthin mitschleppen. Sprech dir einfach alle an. Es ist eine großartige Sache. Es geht um Österreich, nicht nur um Linz. Es geht darum, was Jesus in diesem Land tut. Also selbst wenn du mich niederbinden würdest, ich würde darum kämpfen, dorthin gehen zu können. Zumindest so langsam dorthin wandern. Okay, das ist so spannend. Danke, Joe. Ich bin ganz begeistert. Nach dem ersten Marsch, da war ich förmlich abhängig davon und habe gesagt, wir müssten noch einen weiteren haben. Möchte noch jemand irgendwo einen Marsch haben? Und da ist jetzt die Gelegenheit. Wir sind das Haus Gottes. In Hebräer 3. Jesus ist der hohe Priester. Und wir sind das Haus der Priester. Und jeder von uns hat Anteil daran. Jeder von uns hat einen lebendigen Teil dieses Hauses. Wenn wir alle jetzt zusammenkommen, jeder einzelne von uns, da wird das Haus auf wunderbare, wundersame Weise geformt. Und jeder von uns ist ein Teil. Wir sind ein geistliches Haus, sagt die Bibel. Eine heilige Priesterschaft. Das heißt, jeder einzelne von uns funktioniert und dient in der Gegenwart Gottes. Der Himmel ist offen. Es gibt nichts zwischen uns und Gott. Wir haben zu jeder Zeit und an jedem Ort Zutritt zu ihm. Unter allen Umständen, in denen sich meine Seele befindet. Das ist das am meisten herausfordernde. Manchmal, wenn ich mit meinem Computer so richtig böse bin und so richtig drauf haue, sage ich etwas Böses und dann denke ich, Ich bin so weit entfernt von Gott jetzt. Dieser Computer beraubt mich meines Christseins. Aber dennoch kann ich gerade dann mich Gott nähern und nichts kann mich daran hindern, solange ich ehrlich bin. Und wenn wir in diesem Prinzip leben können und unsere Zuversicht nicht verlieren, nämlich, dass wir zu jeder Zeit uns Gott nähern können, dann werden wir unser ganzes Leben als geistliches Haus verbringen. Wenn eine Gemeinde in Innsbruck über die CEG sprechen würde und sagen würde, habt ihr jemals über die CEG gehört? Ja, ich habe davon gehört. Was hätte ich gerne, dass sie über uns sagen? Wie ist denn etwa die Gemeinde? Meine größte Freude wäre, würden sie sagen, diese Gemeinde hat eine Offenbarung vom Haus. Sie verstehen, dass sie das Haus Gottes sind. Sie leben so. Sie atmen es förmlich ein und erzählen einander darüber. Wenn sie in die Gemeinde kommen, dann sind sie das Haus Gottes, weil sie das Haus Gottes sind. Letzte Woche habe ich davon über fünf Dinge gesprochen, die unser Vertrauen darin erschüttern können, dass wir ein Haus von Priestern sind. Das erste war ein absichtlicher Unglaube. Das zweite war ein Mangel an Wissen. Das dritte war ein unvergebenes Herz. Das vierte war die Angst vor Zurückweisung. Das fünfte waren tote Werke. Und heute werde ich ein sechstes dazu fügen. Diese Botschaften sind online, ihr könnt sie euch anhören. Ihr könnt sie sogar ansehen. Das Video ist auch online. Also der sechste Punkt ist so wichtig. Es gibt einen Film, der läuft schon, und man spricht davon, dass er der Film Nummer 38 in seiner Großartigkeit ist, die jemals gemacht wurden. Als der Film rauskam, da wollte ihn eigentlich niemand ansehen. Aber langsam haben sich Menschen da angenähert und haben sich dran... Es gibt mehr Zitate über diesen Film als jemals über einen anderen Film. Dieser Film wurde unser Team-Film. Und ich sage immer wieder von der Kanzel Dinge aus diesem Film. Und Menschen, die diesen Film kennen, die lachen. Vielleicht haben wir auch 40, 50 Quoten des Films in unserem Leben. Und einer der berühmtesten ist das Thema der heutigen Botschaft. Also ich muss einen kleinen Teil von meinen Videos zeigen. Und ich zeige euch jenen Teil, der die heutige Botschaft repräsentiert. Eine Minute etwa. Eine Minute etwa. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Also heute ist mein Thema, folgendes Problem Nummer 6, das uns von unserer Zuversicht trennen kann, dass wir Gott zu jeder Zeit und an jedem Ort uns nähern können. Ich habe mir neun Dinge aufgeschrieben, womit Menschen enttäuscht sein können. Wir gehen ganz rasch da durch. Nummer 1. Let's go to the slide. This is the wrong one. That's the wrong slide. I put the wrong one up there. Now this is the wrong slideshow. How could I do this? I do this like every week. Do you have another one? This is the one I gave you today? Okay. On my computer? No, it's on that stick? I thought, did I put the wrong one on here? No. This is the wrong one. I think I, wait, just pray for something. Okay, let's all pray for three people. I put the notes from the state, so now he has the opening one. But the PowerPoint is the wrong one. Okay, Lord, I pray for... Ay, 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 ay. This is so ridiculous. My computer is so slow. Pfff! Come on. There's one more to do with it. Oh, my goodness gracious. And we pray for her. Come on. Come on. Yeah, this is the one. I thought I put this on the slide. I don't understand. This is the one here. It's right on the top there when you close it. Okay. Lord, we thank you for this morning. Herr, we thank you for this morning. We pray for our time. We pray for our time. Maybe you want to show... Oh, you can't show something else that they're working on that. Okay, so let's begin from the beginning. I'll just quote something from... from the definition of disappointment. Ich zitiere etwas, und zwar die Definition von Enttäuschung. Es ist das Gefühl, unzufrieden zu sein. That follows the failure of expectations. You have it, slide 29. It was... You wrote it out. Es ist... Ja, er hat it out. Die Enttäuschung ist das Gefühl von Unzufrieden... Maybe you quote it. This appointment is the feeling of dissatisfaction that follows the failure of expectations and the hope to manifest. Enttäuschung ist das Gefühl von Unzufriedenheit, das sich nach unerfüllten Erwartungen oder nicht erfüllten Hoffnungen manifestiert. Alle erleben wir das jeden Tag. Ich meine, heute Morgen, als ich diesen Schnee sah, da war ich so enttäuscht. Jeden Tag haben wir wahrscheinlich mit hunderten Dingen zu tun, von denen wir enttäuscht sind. Enttäuschung ist einfach ein Teil unseres Lebens. Und wenn wir nicht lernen, mit großen Enttäuschungen umzugehen, dann wird uns das zu Verzweiflung führen und zu Depressionen und es führt dann zu Bitterkeit und es beraubt mich dann meiner Zuversicht, mich Gott nähern zu können. Also wahrscheinlich ist das, wovon ich am meisten enttäuscht bin, ist das über mich selbst. Wir können von unserem Aussehen enttäuscht sein, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit unseren Gewohnheiten, Entscheidungen. Ich kann von meinem ganzen Leben enttäuscht sein oder von meinen Träumen. Ich kann von meinen Fähigkeiten enttäuscht sein oder auch von meinem Fortschritt. 1. Korinther 15, 10 das kann mich wirklich davon freisetzen. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Ich bin, was ich bin. Ich kann niemand anderer sein. Ich kann nicht wie ein Pastor einer anderen Gemeinde sein. Ich bin nicht er. Manchmal denke ich, ich wünsche dir, ich wäre mehr wie der. Aber ich bin nicht er. Ich bin, wer ich bin. Und wenn ich diese Offenbarung bekomme von, ich bin, wer ich bin, und ich mache, was ich kann, nämlich die Dinge, die mir Freude machen. Es gibt keinen anderen Pastor in Wien, der Banner gemacht hat. Und doch haben sich eine Gruppe von Pastoren über mich lustig gemacht. Und als ein Pastor über mich betete, oben in unserer Gebetsgruppe, er sagte, segne Pastor Rob, wenn er die Banner macht, egal was sie sagen, was sie über ihn sagen. Und ich sagte ihm, was sagen sie über mich. Und er sagte, sie lachen über dich. Sie verspotten dich. Weil sie sagen, du hast dir nichts Besseres zu tun. Tut mir leid, mein Vater, der war ein Meistertischler. Ich weiß mehr darüber, mit Holz zu arbeiten, als ich fünf Jahre alt war, als die meisten Menschen heute wissen. Ich wusste schon mehr darüber, Holz zu bearbeiten, als ich geboren war, als viele Menschen heute wissen. Das ist einfach in meinen Genen. Es tut mir leid, ich bin einfach der, der ich bin. Und wenn wir erkennen, dass wir sind, wer wir sind, dann sind wir so einzigartig. Wenn wir das ergreifen, nur dann, dann können wir härter arbeiten als alle. Weil mein größter Fehler in meinem Leben könnte sein, dass ich mein ganzes Leben damit verbringe, zu versuchen, jemand anderer zu sein. Und das wird in der größten Enttäuschung deines ganzen Daseins enden. Wenn du vor Gott stehen wirst, und er dir offenbart, dass du nicht der warst, der du warst, sondern nur eine armselige Kopie von jemand anderem. Ich höre mir Prediger von der ganzen Welt an. So oft denke ich mir, wow, wow, er ist so großartig, ganz unglaublich. Nie könnte ich so predigen wie der. So lustig, und er weiß so viel, und er ist einfach so ganz außergewöhnlich. Und dann kann man mit sich selbst so enttäuscht werden, außer man sagt, und eine Erklärung ausspricht. Ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. Und wenn du das begreifst, dann bist du befreit. Da bin ich freigesetzt, mit so viel Energie, und zwar zu den Dingen hin, die ich tun kann. Ich könnte diese Banner mit geschlossenen Augen gemacht haben. Es war einfach ganz leicht. Mein Vater hat mich gelehrt, als ich fünf Jahre alt war. Als Acht- oder Neunjähriger habe ich dann schon mit seinen Maschinen gearbeitet. Ich habe mit sechs Jahren Löcher durch meine Finger gebohrt. Also Nummer eins, Enttäuschung über mich selbst. Sei nicht enttäuscht, denn du bist, wer du bist, durch die Gnade Gottes. Nummer zwei, enttäuscht von jenen, die mir am nächsten sind. Erinnere dich immer daran, dass wir immer von Menschen, die uns umgeben, enttäuscht werden. Mit jedem werden wir enttäuscht in deinem Leben. Niemand in deinem Leben ist, der dich nicht enttäuschen wird. Und es gibt niemand in deinem Leben, den nicht du enttäuschen wirst. Weil wir können Gott nicht wirklich folgen, wenn wir nicht bereit sind, jemanden zu enttäuschen. Jesus zu folgen heißt, dass du einige enttäuschen wirst. Als ich mit 19 Jahren das Haus verließ, mit einer Krawatte und einem Aktenkoffer und der Pastor da mit seinem Auto in der Einfahrt stehen geblieben ist. Und ich bin da am Vordersitz mit dem Pastor gesessen, weil ich der Songleader war. Und mein Vater sagte da zu meiner Mutter, weil meine Mutter hat mir das erzählt. Er sagte zu meiner Mutter, da geht jetzt mein Traum fort, dass ich ein Geschäft gemeinsam mit meinem Sohn haben werde. Ich habe meinen Vater völlig enttäuscht, indem ich dem Herrn gefolgt bin, am Anfang. Wir müssen Leute enttäuschen. Ich kann nicht Gott folgen, ohne dass ich jemanden enttäusche. Und vielleicht sogar die Mehrheit. Ich kann nicht der Stimme des Geistes gehorchen und nicht jemanden enttäuschen. Also enttäusche ich immer wieder, immer wieder jemanden. Und Menschen enttäuschen auch immer wieder mich. Aber das ist einfach das Leben. Und oft bin ich enttäuscht, weil ich eigentlich nicht weiß, dass sie dem Herrn folgen und ihre Entscheidung durch Gott motiviert waren. Können wir uns zum Vers? Ich habe nicht vergessen, welcher Vers. Matthäus 26, 40. Das sind die Worte Jesu. Und zwar im Garten gezogen, in seinem schwächsten Moment. Da sagt er zu seinen Jüngern, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und unser ganzes Fleisch ist schwach. Wir werden alle einander enttäuschen. Aber das ist einfach das Leben. Und wir leben da nicht. Wir erwarten es. Und wir konzentrieren uns auf den Herrn. Weil jeder ist menschlich. Und wenn ich so eine Enttäuschung nicht überkommen kann, sondern einfach darin stehen bleibe, naja, ich habe so viele Menschen schon enttäuscht. Es tut mir leid. Aber ich bin, der ich bin. Manche Leute wollen eine andere Art von Pastor. Aber die Person bin ich einfach nicht. Manche Leute wollen einen Pastor, der immer wieder Seelsorge macht. Aber ich habe geglaubt, ich wäre verrückt, als ich das gemacht habe. Vier, fünf Abredungen am Nachmittag. Einfach da sitzen und zuhören. Und ich bin einfach so weggestorben. Ich habe mir da meinen Kopf gerieben. Ich kann das nicht tun. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich kann das nicht tun. Ich bin dafür nicht geschaffen. Aber da bin ich nicht vertratet. Ich bin kein Marathonläufer. Ich bin ein 100 Yards Sprinter. Das kann ich nicht. Also alle enttäuschen wir einander irgendwie. Wir müssen das einfach nur akzeptieren und verstehen. Nummer drei. Nummer drei. Nummer drei. Do you see number three anywhere? Let's go to slide seven. Next one before that. There should be another one. Should be right there. Enttäuscht mit jenen, die mich leiten. Ich bin so enttäuscht worden von Menschen, unter denen ich gedient habe. Ich habe unter jemanden gedient, der letztlich Ehebruch begangen hat. Ich habe unter einem Pastor gedient, der mehrfach mit Leuten aus der Gemeinde Ehebruch getrieben hat. Und dann hat er meinen Freund beschuldigt, weil diese Frauen dann nicht mehr in die Gemeinde gekommen sind. Und er hat meinem Freund gesagt, das ist deine Schuld, denn du bist der Pastor, der den Leuten nachgehen sollte. Du bringst diese Frauen zurück in die Gemeinde. Nur, dass ich dann später herausgefunden habe, dass er mehrfach Ehebruch mit diesen Leuten begangen hat. Das war so eine unglaubliche Enttäuschung. Wow. Auf der anderen Seite, selbst wenn du im Licht wandelst, kannst du es nicht vermeiden, Menschen zu enttäuschen. Die Erwartungen sind so hoch. Manchmal denken Menschen, Pastoren sind übernatürliche Wesen. Und die Erwartungen sind so hoch. Du vergisst jemanden zu grüßen und plötzlich fällt dessen Welt in zwei. Du bist vielleicht ein bisschen gestresst vor dem Gottesdienst, weil du im Worship-Team bist. Und du hast deine Aufzeichnungen zu Hause vergessen. Und du gehst einfach an jemanden so vorbei und dann ist diese Person verletzt. Die sind dann so enttäuscht. Aber das ist das Leben. Das ist einfach, wir werden einander immer wieder enttäuschen. Und das Traurige ist für mich, dass an mich so ganz hohe Erwartungen gestellt werden. Es ist unmöglich, diese Erwartungen zu erfüllen. Und dann gehen Leute einfach enttäuscht. Und ich bin enttäuscht, dass die enttäuscht sind. Also sind wir alle enttäuscht. Und das führt uns zu Nummer vier. Enttäuschung über die, die Nachfolger sind. Es können Angestellte sein oder Fans oder Familienmitglieder oder Mitglieder einer Organisation. Ich habe Menschen gesehen, wo ich mir gedacht habe, die bleiben ihr ganzes Leben lang bei uns in der Gemeinde und sind einfach weg. Sie haben nicht einmal auf Wiedersehen gesagt. Eigentlich habe ich sie sogar zum Herrn geführt. Und manche sind denen nachgegangen und gesagt, hat dich Pastor Rob beleidigt? Nein. Aber er hat einen Freund von mir beleidigt. Also du bist enttäuscht und ich bin enttäuscht. Aber ich habe mir gedacht, es gibt mehr an geistlichem Charakter in dir als das. Sei kein Teil des Problems, sei Teil der Lösung. Im Psalm 119, 165 heißt es, großen Frieden haben die, die dein Wort lieben. Nichts wird sie verletzen. Wir können sagen, nichts wird sie enttäuschen. Bis zu dem Punkt, wo es mein geistliches Leben zerstört. Wegen eines unnötigen Grundes oder wenn einfach eine Beziehung zerstört wird. Punkt 5. Enttäuschung mit Umständen, sowohl lokalen als auch weltweiten. Mit dem Wetter kann man enttäuscht sein. Also dieses Jahr gibt es keinen Schnee, ich konnte nicht skifahren. Oder ich bin enttäuscht, es gibt so viel Schnee. Ich kam nicht zur Arbeit. Ich kann mit der Naturkatastrophe, mit dem Verkehr, mit den Aktienmärkten, den Zinsratenpreisen, mit meiner Bezahlung, Kriminalraten, Umweltverschmutzung oder Umweltgiften enttäuscht sein. Ich bin so enttäuscht von all dem, was mich umgibt. Aber im 1. Thessalonicher 5, 16 heißt es, freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Schaut mal, nur ein Priester kann doch unablässig beten. Nur, wenn wir diese Offenbarung und dieses Vertrauen haben, dass der Himmel für mich immer offen ist, dann kann ich unablässig beten. Also, freut euch alle Zeit. Betet unablässig. In allem sag Dank. Denn das ist Gottes Wille für dich. Geh zurück. In Christus Jesus. Immer wenn ich so mache, dann gehen sie schon zur nächsten Folge. Ah, dann denke ich das. Okay, nächste Slide. Punkt 6. Enttäuschung mit meinen lieben Sportteilen oder Spielern. Über mein geliebtes Sportteam oder die Spieler. 32 Nationen spielen in der Fußball-WM. Und nur eine gewinnt. Also 31 Länder sind dann enttäuscht. Österreich ist immer enttäuscht, weil die Deutschen gewinnen. Ja. Aber die Österreicher haben einen Vorteil. Sie sind froh, wenn die Deutschen verlieren. Sie kümmern sich nicht mal darum, ob die Österreicher gewinnen. Also schauen wir uns den Vers an. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Letzte Woche gab es den Superbowl. Wer hat es denn angeschaut? Es war so unglaublich traurig. Für die Fans von den Seahawks. Es gab nur noch 21 Sekunden zu spielen. Also sie hatten den Ball auf der 1-Meter-Linie. Und die Chance, dass sie gewinnen waren. 90% war die Chance, dass sie gewinnen. Es war ein unglaubliches Finish. Und dann hat der christliche Quarterback, Russell Wilson, der vor dem Spiel Gott gepriesen hat und ihm alle Ehre gegeben hat, der hat dann einen ganz großen Fehler gemacht. Und das Spiel wurde verloren. Also die Menschen haben fast geweint rund um die Welt. Sie haben das Video gesehen von einem Mann auf den Knien, der geweint hat. Er sagte, ich packe das nicht, ich packe das einfach nicht. Und er hatte einfach weiter geweint. Also habe ich ein kleines Video gemacht, um es euch zu zeigen. Nur ein ganz kurzes. Enttäuschung im Sport ist so eine große Sache. Das kann mein ganzes Leben aufziehen. Anstatt sich mein Leben auf etwas fokussieren. Aber was das Erstaunliche daran war, an Russell Wilson, ich habe mir gedacht, warum hat Gott ihm nicht geholfen? Warum hat der Heilige Geist nicht zu ihm gesprochen und gesagt, mach das jetzt nicht? Warum hat sich nicht ein Engel vor den Verteidiger gestellt und ihn abgeblockt? Hier kommt der Verteidiger und plötzlich, bumm, ist er weggeschleudert. Ich habe doch gesagt, hey, Russell hat dich doch verherrlicht. Warum hast du ihm nicht geholfen? Na, geh. Ich bin so enttäuscht. Ich war so enttäuscht und so traurig. Aber ich musste darüber hinwegkommen. Und dann habe ich bemerkt, in Gottes Augen, das hat das nur einen ganz, ganz kleinen Ewigkeitswert. Außer, du siehst es aus Gottes Perspektive. Schau mal dieses kleine Video an und ihr werdet es sehen. Das ist so ein Enttäuschung. Okay. Ja, play the Video. Auf der zweiten Quartier. Wir sind 7. Und Brady, unter zwei Minuten zu gehen. Me, Rob Gronkowski. Me, Keks, Football. Und me, Du, Gronk, Spike. Patriots leden die NFL mit 66 points in den letzten zwei Minuten in der ersten Halten. During Regulation, they're up 7. Aber watch this. Russell Wilson. Oh, Jamie Collins, you're a great athlete. Aber was in der Welt passiert? Yep, yep. Und Gronk got the better on that play right there. Then Julian Edelman, the perfect spin move for the touchdown. That's my man. And the Patriots have a 28-24 lead. But guess what? Yes, Mr. Kraft. It's been a tough few weeks for him and his club. Would they watch a losing effort? Well, how about this? The circus catch. 7 years after David Tyree did it to the Patriots in this very building. Jermaine Kirst does this, Michael Irvin. And you just knew right here, wow, things are going Seattle's way. And all they have to do now is hand the football to the best running back in the National Football League. Well, here they do. It's Marshawn Lynch who had another 100-yard effort, but he stopped just shy of the goal line. So the clock continues to run. Now second and goal. Russell Wilson, what are you doing? He gets picked off by the undrafted rookie free agent from Western Alabama, Malcolm Butler, who preserves the victory. And the Patriots have their fourth ring. And it will leave everybody asking, why in the world with Marshawn in the backfield did the Seahawks throw the football? Pete Carroll, the MVP, Tom Brady. He's an MVP for a third time to tie his hero, Joe Montana. You weren't even playing on a football team. You wake up this morning and they're saying Tom Brady's the MVP, but they're calling you the hero. So when you woke up this morning, I know you didn't get much sleep. What were you thinking? I really want to know where you're thinking and feeling at this moment. I believe in God and I'm truly blessed. And I just prayed all this week and I pray any other time too. And I just had to wake up this morning and really just be like, what's this real? And it's real. Got to be blessed for the talent he gave me. Bravo. Bravo. All the ups and downs, just how great we play throughout this game. I hate feeling like I'm the one that lost it in a way. So for me, I keep my head up though. I know that I prepare. I know I get ready. I know I play my heart out. I know the rest of the guys play their heart out. Also, es ist interessant, dass der, der den Ball abgefangen hat, auch ein Christ war, ist. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Und Gott hat ihm gesagt, dass er ein großartiges Spiel abliefern wird. Er hat gesagt, ich habe eine Vision gehabt, dass ich großartig spielen werde. Und Gott hat ihm schon gesagt. Also, die Moral der Geschichte ist, es gibt auf beiden Seiten Christen. Und Gott beobachtet das einfach. Und er freut sich am Spiel. Und er hat keine Favoriten. Aber jemand muss sich an Enttäuschung gewöhnen. Nächste Woche werden wir dann weitermachen, weil ich habe noch vier Punkte. Und es wird langsam spät. Aber was ich gerne hätte, dass ihr jetzt macht, wir nehmen uns etwas Zeit. Finde einen Partner. Und frage ihn folgende Frage. Gibt es da eine Enttäuschung in deinem Leben, die deine Beziehung mit Gott angegriffen hat? Und dann betet füreinander. Können wir das tun? Nehmen wir uns fünf bis sieben Minuten. Es muss nicht für eine Frau oder ein Mann sein, vielleicht jemand anderen. Aber es könnte natürlich auch dein Partner sein. Also, machen wir das. bezedigendes. Okay. Dann weiter. Bitte. Bis dann. Vielen Dank.